Hallo Leute, kurzes Opening von einem Platin Booster, ich habe jetzt erstmal zwei Fußballbooster geöffnet, dann dachte ich mal, schauen wir mal wieder ein Pokémon Booster her, Platin Acheros. 1, 2, 3, Reverse, meine Rare, Albaldido Ball Karten, Schnepke, Fritzlblitz, man kann gut erkennen hoffentlich, Wingull, Kabuto, Scheinux, Prongsong, Tor des Ursprungs und Klotexo. Dann meine, meine Reverse ist ein Amoroso Stern und meine Rare ist ein, oh, nice, nice, Zaptos Holo. Vielen Dank fürs Zuschauen, es kommen bald vielleicht noch weitere Openings.